Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles 3. Die erlösende Zukunft. Irgendwie so. Ich kann mir den Namen nicht merken, ey. Hey, wo kommen die her? Oh, shit. Leg dich mal hin, mein Freund. Wer will mich angreifen? War der? Nee. Und weg mit dir. Äh, er hätte mir sparen können, eigentlich. Was ist denn hier? Muss ich die platt machen? Das war eigentlich eher weniger. Aber wir müssen schon dabei sein, können wir da platt machen. Ja, wir müssen trotzdem erst mal schon 14, ne? Wie schnell jetzt plötzlich das Level hochgeschnellt ist. Ja, scheiße, jetzt macht der das. Ja, ich dachte mir. Oh, ich hab ein Problem, Mann. So, jetzt ist der weg. Hau den mal um. So, um. Hä, ich hab mich gebrochen. Gerniger Sack, ey. Achso, ja, warte mal. Ich hab ja das. Impressivlich präzise, Nicole. Ich will ihnen keine Karte. Lass uns sie packen. Tonto. Oh, Mann. Das ist natürlich jetzt nichts Besonderes gewesen. Sie haben gedacht, das würde uns aufgeladen. Hm. Ah, da ist noch einer. Hier, leg dich gleich mal hin. Sag ich doch. Gegner-Territorium. Aha, okay. Ist auch wieder Eroberung einfach gewesen. Wir müssen mal in das Harmo... Oh, falscher Knopf. Harmonie denn gehen? Ey, wir haben jetzt 184 Punkte. Charaktere. Harmonie irgendwas. Ich dachte, ich hatte es Angriffskraft schon. Ah, ne, ich hab das ja. Krieg ich dann eigentlich mehr? Äh, was hat man hier? Harmonie-Punkt, ja, Revoluz. Technik stärken, Revolutionshaken, mächtiger Schlag, Revolutionsfaust. Dieser ist ein bisschen mehr verholt. Dieser ist ein bisschen mehr verholt. Ich habe das Arme ein bisschen heftiger gemacht. Zwei, vier, sechs, acht... Achso, ich muss die zehn Stück machen. Talent erlernen. Was habe ich da? Technik erlernen. Was macht jetzt da den Unterschied? Ich werde Gruppe aufladen, wenn der Kampf durch einen Angriff von hinten begonnen wird. Angriff erhöhen, Angriffsgeschwindigkeit verkürzen, Pause zwischen Autorangriffen. Anschluss steigt der Schaden um zehn Prozent. Das ist ein Anschluss. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Äh, erhöht maximal Kp um vierhundert. All right, looking good. Er erhöht Blockradio um zehn Prozent. Ich kann stärker werden. So, wie schaut's bei dir aus? Die zwei sagen Hammer. Äh, ich werde mit der Betäuschung, wenn der Kampf durch keinen Angriff von der Seite begonnen wird. Bei Autorangriff Treffern Selbstheilung um maximal hundert Prozent. Der Heilkraft. Jede Heilung eines Gefährdner mit ausgeteilten Schaden um zehn Prozent, also das klar nimmt man mit. Ich habe eine neue Leistung gewonnen. Schütterungsklinge, Kreuzstahl, Lichtfeld. Mein Arzt wird immer mehr gegründet. Ich bin stärker jetzt. Ich bin stärker jetzt. So, sind wir zufrieden? Machen wir das noch. Was ist das, bloß 5 bei allen? Ich mein, wir brauchen ja scheinbar eh alle, damit wir das freischalten können. Hab ich, hab ich jetzt denn alle? Achso, das andere kann ich nicht freischalten. Was wär bei ihm gewesen? Ähm, gewährder Gruppe Barriere, wenn der Kampf durch einen Angriff von der Seite begonnen wird. Okay. Hab ich das AdWords eigentlich mitgenommen? Nicht, ne? Ich bin ja immer noch gespannt, was mit der A eigentlich insgesamt dann rauskommt, weil vor ihr wissen wir halt dann gar nichts. Ah, hey, you're totally sure we're going the right way? The region beyond here is under Agni in control. If we posit she wanted to rejoin her people, there's a high chance she passed through here. Alright, I trust you. Oh. What's up? Signs of battle. Not a full-scale army engagement. Something smaller. Huh. There's a reading, but it's faint. Which means refugees from the city. Perhaps. That or the girl could have been the source. Huh. Here. Definitely hers. So, she really was here? No husk, though. It likely means she was taken. You think maybe she killed them all? Unlike the soldier kids, we don't leave a trace after we kick the bucket. That's not possible. Given the evidence, they had the numerical advantage. Right, okay. So we follow them. If it is survivors from the city, they might know something about Nael. Indeed. I'm curious, too. Can't believe our luck. What are the chances of us finding city survivors out here? That's just one of the possibilities. Let's focus on pursuing the girl for now. I'm going in. You know what's my back. I'm ready. These fists go back. What? It's me you want. I'm feeling full of beans. There it goes. Where did it go? Where did it go? Oh myحمite. I appreciate it. lain. Zu früh. Trifft ja mehrere, oder was? Ja. Das ist nur, wenn ich Fähigkeiten einsetze, ne? Zum Beispiel jetzt, ne? Oh. Sehr schön, schon wieder ein paar Dinger einkassiert. Ja, warst du dann Schulk auch von der City, oder hat er die... Okay, gib mir deinen besten Schulk. Unerringlich fach. Geht er dann das Ding auch an? Ne, der muss das schon scheinbar markieren. Schlängler-Ei. Also die sind alle stärker, ne? Ich finde es gut, wenn das Kämpfen mehr Sinn macht, als einfach nur drauf sein. Oh, die nerven die Schlängler. Was ist das für die Energie, Mann? Der ist auch blau, also muss ich die blauen killen. Kannst du mal umhauen? Ne? 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 Oh, was weiß dann. Ne? Ne? Ah, er hat trotzdem überlebt. Oh, wir müssen mehr vor dem besiegen. Jetzt machen wir den umsonst kalt. Schweinerei. Das ist bloß die Frage, wieviel sie schlägt, dann müssen wir killen. Ich denke mal, wenn wir jetzt schon anfangen damit. Wobei man vielleicht ein bisschen wegziehen sollte. Mehr Kumpel. Wie konnte ich da wechseln? Sehr schön. Wir sind zu niedrig, deswegen hauen wir zu oft daneben. Das ist alles, was wir haben. Au, mein Gesicht. Keine Chance, ihn umzuhauen. Ich hoffe, jetzt machen wir es. Yes. Jetzt hauen wir ihn gar weg. Warte. 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 Aber ey, die halten halt auch nicht gerade wenig aus. Warte. Warte. Kneel! Das ist richtig! Eie auf den Weg! Nicht auf deinen Lagen! Gut, kill! Uppercut! Licht! Ich bin ziemlich komfortabel bei dir, Judy. Ich fühle mich voll von Beeren! Gut, das ist Licht! Für den Baby muss ich nur zwei killen. Obwohl der drei rauskommt. Gut, Uppercut! Licht! Licht! Pick einen guten Moment für sie! Sprech! Aber momentan schaffe ich die Eier wahrscheinlich nicht. Heilige Strecke! Was ein bisschen nervig ist, wenn ich eigentlich die Eier haben will. Still nicht mit ihr. Woher geht sie? Oh, da ist nicht gewohnt so viel zu laufen, ne? Hey. Hochzeit für einen Sprech. Man muss sich dazu gewinnen. Wissen! Entschuldigung! Oh, das ist auch zweimal. Er ist auch klein, schmächtig und hat voll das... ...teinte ihren persönlichen Lagen, alle! Ah, das ist noch ein guter Schwein! Zeit um sich zu schmieden. Impressive Handwerk. Okay, da fehlt was. Erhöht Heilkraft um 20, das wäre für sie gut. Gems ready. Sie sollten in die Möglichkeit kommen. Maximal KP um den, das ist für den anderen gut. Gems ready. Erhöht Blockrate um 5. Gems ready. Gems ready. Gems ready. Okay, da fehlt überall was. Äh, 15% Schaut auf doppelten Treffer pro Autoangriff. Ausschritte und ausgereihten Schaden um 20. Technik 1 erzeugt 20% weniger Wut. Gems ready. Gems ready. Ehhh. Ehhh. Gems ready. Gems ready. Gems ready. Blockradie um 5%. KP oder Blockradie? Oh, 46% macht es fast 50-50, ne? Gesperrter Sockel. Stimmt, Ausrüstung können wir ja auch noch machen, ne? Da haben wir auch nichts geschaut. Er erhöht die ersten 20 Sekunden an den Kampfschaden um 30. Er wird Trefferradie am Tag um 20. Oder Brustkräfte sind zu Beginn als Kampf bis zu 45% aufgeladen. Dunkelkugel, ähm... Kampfverkehr, Verkündung, Schaden um 60. 15% mehr Schaden. 19% oder höher. Erhöht Menge der fortlaufenden Wut mit rund um 80. Erzielt bei Rückangriffen um 19% mehr Schaden. Dauer von Schwanken. Ne, das ist nicht so, dass ich mich nicht mehr schlafen kann. Hm. Gegen der Hörerstufe richten 25% mehr Schaden an. Äh, so. Bei Frontalangriffen. Daraufhin schwanken. Ne, das ist eher für mich was, ne? Ne, ja, und ihn können mit Autoangriffen mehr Schaden lassen, eigentlich. Achso, ich muss ne Pause machen. All right, how should I keep busy? Oh. I feel kind of guilty. For freeing you from the cycle like that. It's fine. No, but... I just can't stand to see it. You guys, fighting all the time. You're not really great with strangers, are you, pal? Mm-hmm. Do you wish you could go back to your colony? If I did, I'd have to fight again. We're in the same boat. That's so. Well then, I guess that makes us friends, eh? Friends? I wonder, how she is. I wonder, how she is. Release her. Huh? But teach her. She's already been freed from the flame clock, and that makes her a friend. Friend? All right, then. I'd like you to answer a few questions for me. May I? First we'll need your name, and the colony you belonged to. Hm. So, your name is Glimmer. Colony Gamma. Assigned to the field support platoon, yes? Plutus love? Gamma's territory is nowhere near here. So, what are you doing out here all alone? Tell me who destroyed it. Your colony's clock, I mean. That isn't military intel. Surely you could tell me that, no? Weirdos. Two of them. Weirdos. They waded straight into our battle with Kevis. And then... And the consuls? You're saying they took out Mobius. That's not too shabby. Teacher's level. What were these two like? One had... Silver hair. Blue garb. Cut the clock clean through with a red sword. Right. And the other? Some guy. Didn't seem too bright. Black clothes. Used knuckles. He's the one that defeated the consuls. With the power of some weird light. Hang on a sec. You're serious about that? That guy? Did his hair kind of look a bit like this? Uh... It's Matthew! Has to bring him! That's mad! So he's still alive! Matthew, eh? Ah, yes. He's a guy from the city. We were in procurement together. If someone's been beaten at Mobius, I can't think of anyone else but him! He's that strong, is he? Huh? You people... You're from the city? Quiet! Did I say you could ask questions? Ugh. Schnauze-Zöpfchen. It's all right. You're correct. We do have citizens among us. But there's a bit more to it. We are the liberators. We seek out survivors from the city. Survivors? That's right. In order to protect this world. Oh. Come signals. Come signals. You'd call at this time. Oh, one of them. He's here. Who's here? Wer ist hier? Ist das blöd, wenn du den hier... Dinger nicht wegnehmen kannst. Ihre Waffen, weil du die einfach beschwören können. Du bist okay. Nein, stop! Zeit für den Hügel. Für die perfekte Koda! Wait, hold up! Woh! W-What the-? Earthquake? Wrong. There's some kind of giant entity on the move. Over there. A Pharaonis! This late at night? Which colony is it? It's odd. It should have a crew of soldiers, but doesn't. Looks like it's heading to the east. After it, Matthew. Yeah! We've been had, teacher. The girl. She snuck off. You're kidding. The watch? She knocked them clean out. Nothing that'll leave a scar. Indeed. Let's find her. She'll likely be heading for a colony. They'll erase her on sight. Damn it. More babysitting. Told you we should have given her the full lowdown. I'm sorry. I thought it'd be too much for her to take in. I was hoping to ease her into it. Teacher! Well now. This isn't good. Panacea. Rouse the others now. Ready for battle! On it. Made it. I-I'm Glimmer, from Colony Gamma. I was a member of the field support platoon. I lost my colony in the fight with Colony 5. I've been reconnoitering Solo. Beyond here, there's a camp. I-I'm telling you. I'm Glimmer, from Gamma. I'm not your enemy. Listen to me! Oh, but you are a pet. Huh? Soldiers who've lost their flame flocks have outlived their purpose. Might. Lord Consul. You wanna know why? Because you're no longer good for anything. Oh, big part. You gave me the enemy's location, didn't you? And I suppose you were good for something. But your fate is erasure. Unite! What are you doing? Move! Are you okay? This is what I wanted to protect you from. Now you see, this is the true nature of the Consuls. Who are you? This wasn't the Compact. Compact? The one with Zed. We vowed a ceasefire. Not to interfere until matters were resolved. Ah, yes. I guess Lord Zed did order us not to get involved or some such. But that was before. Before two of my comrades were slain without remorse. Now things are personal! They're fighting. Get ready! There! But what are those other guys all about? Never seen them before. We can talk about it later. We're joining the fray. Ho, ho! I thought you'd never ask. Ha! I have to take care of the big one first! From the rest of the pages! You can also use the users of the達ia-Keter. You can also use the users of the Angriffs-Keter. I can push the plus, if the Keter-Keter-Keter is full. The Angriffs-Keter will start to see the Hauptspiel in four points. Instead of the Ouroboros-Commandos, there's a Paar-Commandos. The Aux-Keter can change the Boney. The Helden-Boney can be chosen by the Aus-Rüstung. Ohne Aus-Rüstung can be chosen by the Keter-Boney. The Paar-Combo is increasing. The Standard Multiplicator, eh, 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 eh. Wenn du es schaffst, in einer Angriffskette die Kettenkompos deiner weiteren Charaktere abzuschließen, die dir ein Paar bilden, wird dir ein Paar-Kompon angezeigt. Beendet zwar die Angriffskette, lässt das Paar aber ein Paar Angriffskriffe ausführen. Ich fühle mich voll von Bähnen. Mehr von Bähnen! Ein schwerer. Das ist die Bewegung! Du bist nicht weg! Das ist gut, huh? Das sieht schon echt viel ab, ne? Ey, Scholl, kannst du mal hier reinkommen? Schleudern wir den grad! Der ist halt echt aus Schleudern, Mann. Das ist so riesiger Roboter. Ah, jetzt hat sie sich zum Schulk gestellt. Boah! Ich finde es immer noch lustig, dass er schwanken kann. Und nochmal mega Aufprall. Wo ist eigentlich die Leiste für diesen Kombo-Ding? Ah, da ist die Gangrisskette rechts. Nein, falsch, ich mache. Boah! 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 Schleudern kannst du mal in die blöde Ding kommen? Ja, genau deswegen. Schleudern kannst du nicht, wenn du siehst, wie du willst. Aber wie? Angriffskette Und alle sind da Rezivruf von Angreifern und Heilern um 60 Schadensmultiplikator am 100% gewährt der ganzen Gruppe auf Karttaufladung Geht weiter Ah geht weiter Die Freierklinge Reaktivierung, sehr schön Reaktiviert 10% Chance auf allen mehr Aber das ist noch nicht schlecht Ja reicht nicht ganz Warte was Oh Oh Alter Der zieht halt zu viel ab Warum ist denn der so stark? Wir haben zu wenig Heilung Weil die alte nicht dabei ist Ich habe es Nicht auf mich jetzt, Mati Sorry, dass ich dich wegwerfen Warte 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 Oh Warte Ich nehme einen Lick in hier! So schau dich auf! Ich habe es! Wir sind eh verloren. Es ist zu schnell für mich zu quitteln! Jetzt musst du dich schmerzen! Ich habe auch niemanden, der etwas ausheben kann, außer sie! Ich kann mich nicht schmerzen! Jetzt musst du dich schmerzen! Das ist der Weg! Das ist so vollarschig, Alter! Vor allem, weil der dämliche Vollidiot halt auch weggeht! Hab ich nicht eine von den Techniken schon erlernt? Energieschuh. Kraftaufladung. Abwehr des Feines zu negieren. Aufladen durch Autoangriffe. Angriff runter. Da, das hat sie doch sogar schon! Techniken. Ah, das war das da! Illusionsschwert ausweichen hoch! Ich kann die Ergebnisse sehen! Ich kann die Ergebnisse sehen! Oh, wenn ich es so mache! Monado-Zorn. Zielzwang. Monado-Armor! Ja, das ist mir schon lieber. Juwelen. Mit Angriffskraft um 20, okay. Die bräuchten würde auf jeden Fall eine Ausrüstung dienen. Okay. Ich kann sie ja hier sammeln, ne? Schöne! Gott, mache das auf! Schöne! 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 Ich kann sie gleich nicht. You're not getting away! This is the move! More of that! Fusion Arms! This is the move! Woah! Huh. I'm just curious if we can do it. Ah, it's right. Yes! Let's see this move! Oh, warte mal. Jetzt hat er eine Barriere gemacht. Hier, kommt er. Fokuss auf deine Attacken! Wann greift er denn nicht an? Kommen wir nicht hin? Ach, die greifen nicht an, wenn ich was Sammeln drücke. Wow. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das? Fusion Arms! Huh? Combo time! I'll afford them no quarter. Let's end the packing! Tough money! The Hound! So. Jetzt haben wir die Hälfte runter, aber jetzt wird er dann anfangen, wieder zu nerven. Ah, scheiße. Warte. Plenty in the tank! Let's go for the big one! Whatever you need! I have it! This is the move! Here's a double for ya! This is the move! By the way, that's it! Let's get out! Oh, der hat's trotzdem noch! Let me off with some wisdom! Ach ich kann der da auswählen, ne? 25. Der bring aber alle grad nicht viel am Anfang. Let's against the lightning! Nur 99%? Oh, wow. Toll, da brauch ich das nächste gar nicht versuchen. Ich habe nur einen Follower. Können wir diesen ausprobieren? Lass mich auf, um ein bisschen Geister. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Wow. Warum ist sie eigentlich so voll am Eimer? Ah, scheiße. Ah, der trifft uns trotzdem, obwohl ich diesen Kombo habe. Das ist doch ätzend. Ah, der trifft jetzt alle, ne? Scheiße. Oh ja, irgendwie haben wir fast. Oh, Alter, geschafft. Ey, das wäre es jetzt gewesen. Ich bin Matthew. Und das ist A. Oh, und er ist Nickel. Wir hatten einen Rennen mit deinem Freund, Glimmer, da. Wir können nur uns nicht, du wissen? Warte. Also, das ist es. Also, du bist... So, das ist der so-called Udoborist Power. Jetzt verstehe ich. Das ist so, wie du bist, um Mobius zu töten, ist es? Du hast noch nichts gesehen, Bub. Wie kann ich dir ein Demo geben von unten? Das ist ein sehr grosses Grimmens, du hast mir da. Ich mache dir etwas zu dir. Ich habe das Wichtigste Idee, warum du so mad bist, little old me. Vielleicht, vielleicht nicht, aber ich bin sicherlich. Ich liebe dich so viel. Ein Tausend Todes würde ich mir nicht peace geben. Matthew, jetzt einfach. Rage blinds dich. Wir haben das schon gemacht. Die Sache ist, jemand, der so großartig und großartig ist, braucht eine Brüse. Wow, das funktioniert. Ich liebe dich zu versuchen. Aber ich habe nur ein Ticket, um es wirklich interessant zu machen. Was jetzt? Es ist eine Theronis. Was ist das? Sie müssen mich schützieren. Was ist das? Sie müssen mich schützieren. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Baute Students! Ebased is das? Was ist das? Tausende Musik! Como haben Sie eine Fluchte? Was ist das? Ich hab mal kurz? SHE ist das? HAVE schädlich Freunde. Noch keine König? Ich intensivere. Oh, Glimmer! Be careful! I like your attitude, kiddo. Huh? Leave it to Uncle Rex. I'll throw my finger free. Ach, wie geil. Jetzt sind schon beide da. Warte, macht ihr jetzt Kapitelende? Echt? Wow. Dummer kann man sich jetzt Kapitelende nicht ausdenken, oder? Ja. 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 Ja.